Die Wechselatmung oder Nadi Shodhana ist eine der essentiellsten Techniken im klassischen Yoga. In diesem Video möchte ich dir einige Details und Feinheiten dieser Übung zeigen. Wir werden dazu die rechte Hand nutzen, der Zeigefinger und der Mittelfinger kommen nach unten und die beiden kommen hier an die Basis deines Daumens. Und auch wenn das nur kleine Details sind, spielen die eine große Rolle, um unser gesamtes System auch zu beruhigen. Oft geht es darum, dass wir über die feine Wahrnehmung der einzelnen Punkte auch unsere Konzentration stärken können. Es ist auch wichtig, wo wir unsere Nasenlöcher in der klassischen Wechselatmung verschließen. Sehr oft sieht man, dass es hier unten geschieht. Und der ideale Ort dafür wäre hier oben am Übergang zwischen deinen festen Strukturen hier zum weichen Teil deiner Nase. Wir nutzen dazu den Daumen und den Ringfinger. Wenn wir nun hier mit dem rechten Nasenloch beginnen, können wir die Fingerspitzen vom Daumen und vom Ringfinger ganz leicht auf diesem weichen Bereich lassen. Und wenn ich die Nasenlöcher noch nicht blockiere, dann können diese Punkte ganz ruhig und entspannt diesen Bereich berühren und beeinflussen noch nicht den Atem. Es hilft mir, meine ganze Konzentration und Aufmerksamkeit in diesen Bereich zu lenken. Und das ist auch der Ort, wo dann unsere Energieleitbahnen zum Leben erweckt werden. Es gibt auch die zweite Möglichkeit, dass wir diesen weichen Bereich hier leicht nach oben schieben und auseinander. Das führt manchmal dazu, dass wir das Gefühl haben, dass wir einfach mehr Raum haben. Klassischerweise praktizieren wir diese Technik, damit wir uns in Einklang bringen mit den Zyklen von Sonne und Mond. Wir beginnen mit dem linken Nasenloch, wenn wir es vormittags machen, bis zwölf Uhr mittags. Danach beginnen wir klassischerweise mit dem rechten Nasenloch. Du kannst nun mit dem rechten und dem linken Nasenloch starten, je nachdem, zu welcher Tageszeit du dieses Video praktizierst. Ich beginne mit links. Lass deine Hände nach unten kommen zu deinen Knien. Der Rücken ist lang. Positionier deinen Körper so, wie es für dich jetzt angenehm und bequem ist. Und du spürst so eine leichte Aktivität in deiner Wirbelsäule. Die Krone dehnt sich nach oben. Dein Becken ist stabil auf der Sitzunterlage. Und du beginnst nun, die Ein- und Ausatmung zu vertiefen. Und du gehst in eine volle und ganze Ausatmung dabei. Was du nun machen kannst, ist, dass du wirklich den Fokus auf deine Nasenlöcher richtest. Bring nun deine Hände nach oben. Einatmen über links. Am Ende der Einatmung schließt du mit dem Ringfinger, atmest aus, über rechts. Ein über rechts. Augen gerne geschlossen. Schließen. Ausatmen. Atme wieder ein, links. Lass nun den Ringfinger auf der Haut. Atme aus, rechts. Spür, wie der Atem ausströmt. Dein Finger bleibt nun auf der Haut an der Nase. Atme ein, rechts. Schließe rechts, atme aus, links. Finger bleibt auf der Haut. Atme ein, links. Und atme nun ganz langsam über rechts aus und blockiere rechts ganz wenig nur. Öffne rechts, atme ganz ein. Beim Ausatmen öffne links nur halb und atme ganz aus. Einatmen links. Schließe links. Atme wieder aus, rechts mit leichtem Druck. Einatmen rechts. Schließe rechts, atme links aus, ganz leicht schließen. Setze fort und höre mich weiter zu. Wenn du nun beim nächsten Mal einatmest, stell dir vor, dass der Atem hoch fließt. Bis zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und beim Ausatmen fließt der Atem von dort wieder nach außen. Das, was du erzeugst, ist eine Art pranisches Dreieck. Wenn du den Atem hoch ziehst, bis zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen und von dort aus wieder ausatmest, kannst du dieses Dreieck erkennen. Atme weiter in diesem Rhythmus. Stell dir vor, dass der Atem einströmt über das linke Nasenloch, über die Spitze des Dreiecks hinaus. Aus, in die rechte Hälfte deines Gehirns. Halte hier den Atem. Atme wieder aus, über rechts. Beim nächsten Mal rechts einatmen. Schick die Energie weiter über den Punkt zwischen deinen Augenbrauen in die linke Hälfte deines Gehirns. Halte den Atem kurz. Und weiter ausatmen über links. Finde deinen Rhythmus. Nach einiger Zeit dieser Technik wird dein Geist gleichzeitig wacher und ruhiger. Fülle wieder die rechte Hälfte deines Gehirns mit Energie ausatmen. Einmal noch rechts einatmen, die linke Hälfte deines Gehirns. Ausatmen über links. Löse deine Hand, bring sie zurück auf deinen Oberschenkel, auf dein Knie. Von hier aus kannst du nun in die Meditation gehen oder deinen Blick nach unten sinken. Blinzelnd deine Augen öffnen. Kopf anheben. Kopf anheben. Namaste.